Angel Danone wird hier als erster Teilnehmer gleich in die Startmaschine geführt. Aber zunächst kommt Gold Price heran. Der ist der Erste. Der steht jetzt als erstes Pferd in der Box. Gold Price also Startler. Daneben ist dann Comparative gleich in Position. Beide sind in den Boxen. Jetzt kommt Angel Danone heran mit Brio und Patrick Starr. Geht also flott voran an der Startposition. Es geht dann einmal um die Bahn. Zweimal Ziel. Kurze 1.350 Meter im ersten Rennen. Wir übertragen live in die Wettbüros und ins Internet. Brio geht hinein. Außen. Eisklapp. Und alle sind bereits drin. Und der Start zum ersten Rennen. Erster folgt. Und an der Innenseite bemüht sich Comparative sofort um das Kommando. Rasante Fahrt hier vorgelegt von Comparative. Dahinter ist Gold Price in zweiter Position. Weiter außen. Dann Eisklapp. Auf dem dritten Platz. Jetzt zweiter. Es geht hier zum ersten Mal am Ziel vorbei. In den ersten Bogen hinein. Comparative weicht nach außen. In die Mitte. Aber bleibt vorne. Comparative in rasanter Pace hier an der Spitze. Vor Eisklapp. So geht es. Oh. Einer geht hier ganz nach außen. Verliert hier vollkommen den Anschluss. Beziehungsweise die vordere Gruppe. Also Comparative hier weit an den Schluss des Feldes zurückbeordert worden. Und die Spitze dadurch bei Eisklapp. Bereits Ende gegenüber gleich. Eisklapp hat die Spitze jetzt übernommen. Mit drei, vier Längen. Und an der Außenseite ist Angel Danone. Jetzt in zweiter Position vor Gold Price. So geht es bereits durch den Schlussbogen. Die Spitze bei Eisklapp vor Angel Danone. Eisklapp, Angel Danone. Dahinter ist jetzt Brio in dritter Position. Und an der Innenseite Gold Price vor Patrick Starr. So sind die Pferde im Einlauf. Und Eisklapp an der Innenseite kämpft jetzt weiter um die Spitze. Eisklapp vor Angel Danone. Und ganz außen kommt Brio gemeinsam mit Gold Price. Aber Eisklapp an der Innenseite. Eisklapp ist vorne. Und Eisklapp gewinnt vor Angel Danone. Und dann war es knapp zwischen Brio außen vor Gold Price und Patrick Starr. Und schließlich Comparative. Und dann tankstens Rapefruit Markt an der Innenseite. Und dann tankstens Rapefruit. Und dann packstens Rapefruit auch zusammen. Und dann packst. Und dann packst Oh! Und dann packst Update. Und dann packst Brio Desperates! Untertitelung. BR 2018 Und hier ist die vorläufige Plattform.